Norddeutscher Rundfunk 2021 Das Einzige, was Katzen noch mehr hassen als Flöhe, ist ein Bart. Muss... ...mich... ...trocken... ...lecken... ...könnte etwas dauern. Toll! Seht mal, wo der mit seiner Katzenzunge überall hinkommt. Wann kommt King Crimson ins Spiel? Ganz genau jetzt! Ich begreife das nicht. Was kann ich tun, um das Vieh in die Flucht zu schlagen? Wie wär's mit Teamwork? Aber ohne mich? Ich hab Angst vor Hunden! Verstehe! Weil die Hunde Katzen jagen! Schnell, Catman! Lauf! Flieh in den Park! Du kleines, hilfloses Kätzchen! WIEW! 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 Catman mag diesen Plan nicht! Aber Doxilla wird daran Freude haben! WIEW! WIEW! Hier, mein Junge! Fang den Stock! WIEW! 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 Ich verstehe das alles nicht! Sie haben dich fortgejagt und du bist dennoch wiedergekommen! Ganz einfach! Wahre Helden! Kämpfen nicht um Ruhm und Anerkennung! Hier, Kinder! Sie kämpfen für Recht und Ordnung! Deswegen muss ich an den Ort zurückkehren, wo man mich verjagt hat! Und Verbrechen verhindern! Egal, ob die Leute es wollen oder nicht! Sie wollen es nicht! Das bedeutet, wann immer in dem Still jemand um Hilfe ruft, aber nicht will, dass ich helfe, werde ich auf diesen Hilferuf dennoch reagieren! Und dann rufe ich Timmy an! Euer Ehren! Ich wünschte, mein Mandant Catman wäre nicht schuldig! Timmy, wie machst du das bloß? Ich wünschte, Cleft wäre hier, um das zu erleben! Cleft!